Und die Brüder sind zum Haus Josef zurückgekehrt. Und Josef beschuldigt seinen Bruder Benjamin, dass er den Kelch gestohlen hat. Jehuda schlägt darauf hin vor, dass sie alle bei ihm Knechte sein werden, statt den Kleinen hinzugeben. Josef aber lehnt es ab und sagt, dass der, der ihn gebrochen hat, wird ihm ein Bruder, und die anderen, die freiwillig sind, können nach Hause gehen. Und er sagt, der, der gestohlen hat, der soll Knecht sein, und alle anderen können nach Hause gehen. Und dort endet der Wochenabschnitt, und dieser Wochenabschnitt setzt hier an, und es teilt diese Geschichte in solche Teile. Und das zeigt uns, dass jetzt etwas sehr Wichtiges folgt. Jehuda kommt als Beschützer, wobei nicht er eigentlich sich stellen musste. Er ist nicht der Erstgeborene. Aber er hat auf sich die Verantwortung des Jüngeren auf sich genommen. Und er spricht in dem Moment für alle Brüder. Und die erste Phrase des Wochenabschnittes zeigt uns, dass Jude sich stellt und sagt, hör mir zu, denn ich rede jetzt als Repräsentant. Und er versucht, die Situation auszurudern. Und alle Kommentatoren sagen, dass es ein wunderbares Beispiel ist, eine Verteidigungsrede von einem Anwalt. Wir sehen in diesem Wochenabschnitt auch interessante Ideen. Jehuda sagt eine solche Frasse. Wenn ich zum Vater komme, dann ist er nicht mit dem Bruder, mit dem er seine Sitzung verbunden ist. Wenn ich zum Vater komme, dann ist er nicht mit dem Bruder. Judas sagt noch eine interessante Phrase. Er sagt, wenn ich zurückkomme ohne meinen Bruder. Und es war die Grundlage der Hauptidee der Judäische, der Judäische, wie der Bedeutung. Diese Phrase ist quasi eine Grundlage für das Judentum, für das jüdische Volk. Diese einfache Idee hat Leute wie Mose geboren. Der gesagt hat, wenn du mein Volk zerstörst, dann streiche auch meinen Namen aus dem Buch des Lebens. Auch Apostel Paulus, der gesagt hat, er wird sein Leben geben für die Errettung seiner Brüder. Und Jehuda selbst ist zu seinem Volk gekommen, um das Verlorene wieder zu finden und sie zu erretten. So wie ein guter Hirte sucht er jedes verlorene Schaf. Diese Idee sollte eine Grundidee jedes einzelnen Gläubigen sein. Jeder Gläubige, jeder Bruder und jede Schwester ist unglaublich wichtig für Gott. Und die Schrift und das Neue Testament beruft uns, für jeden zu beten. Und möge der Herr uns segnen, dass sein Wort in uns eindringt. Und wir verstehen, was er von uns möchte. Amen.